Das Kahüa Resort liegt in Alanya, Konakli in türkische Riviera. Das Kahüa Resort ist beliebt unter den Gästen. 84% empfehlen das Hotel weiter. 266 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,6 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,3 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,2 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020